Warum ruggelt das? So, da ist der Hisho in seinem Fleischkostüm. Yeah! Und hier ist die Pseudonyme und wir spielen ins Forrest. Jo! Moin! So! Ach, er schnummer die Außen! Boah, du übersteuerst gerade ein klein wenig. Gar nicht wahr, sowas würde ich nie tun. Oh! Na, oder du kommst noch mal sehr, sehr laut rüber. Hey! Ja, ja, die Tante hat mich zurück ins Wasser gestoßen. Dicci! Ja, da steht da noch einer. Begrüße jetzt alle, was wir gebaut haben. Hallo, Auto und so. Da sind keine Steine mehr rein. Oh, das hier ist kaputt. Warum? Oh, nein, mit der Kettensägerung. kann man ganz schlecht reparieren. Äh, ne, warte, wie komm ich noch mal? Kann mein Mikro nicht da haben, da stört mich das. Sag mal, ich weiß gar nicht, aber kommen wir eigentlich, ne, wir kommen hier doch in beide Richtungen gar nicht, gar nicht ins Meer rein, ne? Hm? Wir kommen in beide Richtungen? Nein, 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 hier bauen wir keinen Floß. Ne, wollte ich doch sagen. Wir sind ein Inland, äh, äh. Darf ich jetzt direkt los zum Floß bauen, oder was? Du, du übersteuerst bei mir wirklich ernsthaft. Moment, ich mach den mal in Discord. Was denn? Hier ist du mal. Weil du bist, äh, du bist irgendwie tierisch laut auf meinem Kopfhör. Ja, da kann ich auch nichts für. Ist dein Problem? Hallo? Ja, okay. Sollen wir vielleicht unser Artefakt mitten hin? Ja, hol mal das Artefakt, dann können wir nämlich da, wo wir dann, wo man dann gleich das Flößlein bauen. Äh, wo ist denn unser Tor? Da. Zwei Wochen nicht gespielt, alles vergessen. Wo ist das Artefakt? Ich hör das doch. Ach, da hab ich es hingebaut. Wo brauchst du denn hin? Das steht hier. Hm. Gut, dann, dann würde ich sagen, lass uns mal dahin marschieren, ne? Wohin? Über den Deich und da ein Bötchen, Bötchen bauen. Und jetzt warte doch mal, wo? Wie? Warte. Ich kann's nicht erwarten. Uns, uns erwartet ganz viel. Übrigens, ähm... Ich würde sagen, wir bauen da, wo der Anker ist, ein Floß. Moment. Ich, ich, ich muss dich in Discord leider machen. So, Moment. Sag mal, jetzt ist er aber mal gut hier, ne? So, sag mal was. Weißt du, kaum um neun Jahr schon ist er nur am meckern. Ach. Nee, ernsthaft, du haust mir die ganze Zeit... Ich bin überhaupt nicht lauter als gestern. Ich, ich weiß auch nicht wieso, aber es ist so. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob es jetzt bei mir wieder flüssig läuft oder ob ich jetzt wieder so ein Ruckler drin habe. Nö, scheint gut zu sein. Gut. So. Wölge mich in den Weg. Ah ja, gut. Okay. Also, wir haben interessanterweise, wir, 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 wir... Ich muss gestehen, wir haben uns geguckt, wir haben geguckt, wo es die neuen Bau... Wir haben uns geguckt. Wo es die neuen Baupläne gibt. Ich wäre da auch von selbst nicht drauf gekommen. Wir wollen die auch finden, ne? Genau. Wo läufst du hin? Südwesten. Da fangen wir an. Wir müssen... Wir müssen... Ich kann aber nicht quer durchs Loch. Wir fangen also, wir fangen also auf der anderen Seite vom Loch an. Hä? Dachte, wir fangen... Wir fangen auf der anderen Seite an. Willst du mich verarschen? Alles, was wir suchen, ist auf der anderen Seite vom Loch. Nee, es ist alles runter. Es ist alles... Nein, es ist alles im Süden. Na. Und das erste ist da, wo der Anker ist. Okay. Sag mal, was denn heute los mit dir? Du bist nur am Meckern. Jetzt bin ich auch noch hier... Jetzt erzählst du mir, ich liege falsch. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja, aber der Anker ist doch... Moment. Der ist bei mir eingezeichnet, der Anker. Ja, bei mir auch. Aber wir laufen gerade auf der falschen Seite vom Loch entlang. Das wollte ich damit nur sagen. Doch egal, wenn wir dann nach Südwesten laufen. Lauf einfach vor, ich orientiere mich an dir. Du hast das Artefakt, ne? Freut mich mal mit dir. Ach nö, bitte nicht. So, wir haben jetzt Ehekrach. Nein. Oh doch. Auf der Insel. Jetzt Ehekrach, jetzt vorbei. Nein, bitte nicht. So. Ich werde dir jetzt nicht sagen, dass ich den Kompass falsch gelesen habe. Es tut mir leid. Ich will auch gar nicht mehr mit dir reden. Was machst du denn da? Wir wollen jetzt keine Bäume fällen. Nee, müssen wir erst gleich. Bambi! Ich muss mir unbedingt wieder meinen Rucksack ein bisschen anders legen. Weil ich habe am Rucksack irgendwie die Kettensäge dran. Das macht auch irgendwie Sinn, aber ich habe keine Axt mehr an der Kettensäge dran. Hey, wieso läuft denn du so im Kreis? Hm. Naja. Steine haben wir voll. Das gilt nicht im Boden versinken. Hä? Ist das jetzt ein anderes oder wie? Das eskaliert da irgendwie ganz komisch rum. Hier ist nur ein Kopf. Hä? Du bist tot! Hallo? Du bist tot! Ehrlich gesagt ist das gruselig. Du bist tot! So, jetzt ist er aber tot. Das war gruselig. Er ist immer weitergelaufen. Geister, äh, Geister, äh, Geister weh. So, haben wir jetzt genug Rucksinges Fleisch? Nö. Nur mal ganz kurz gefragt. Hier, nimm das mal. So, ach ja. Was, was denn? Ah, das da. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall dann ein Drying-Rick auf unserem Dings, ne? Äh, ja. Moment. Okay. Ihr habt gesagt, ich orientiere mich an dir. Der war schuld. Ach ja. Warte, ich habe meinen Kompass nicht mehr. Warum hat nimmt er den denn nicht? Na? Ich bin verwirrt. Jetzt sind wir einfach fast ins Loch rumgelaufen. Dann müssen wir hier Richtung Blaues Haus, oder? Ich verstehe dich gerade nicht mehr. Hey, der Host antwortet nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Hä? Was war los? Ich habe dich gerade nicht gehört. Ja, da stand auch, der Host antwortet nicht. Wir müssen hier entlang. Eigentlich könnten wir auch hier ein Floß bauen, aber... Wir wollen ja zum Anker eins bauen, ne? Ja, wir sind zum Anker eins bauen, weil da sind doch Bäume in der Nähe. Ja, da hast du auch recht. So, guck mal, unser SOS, das soll ich ja ganz vergessen. Haben wir das ein... Oh. So schön haben wir das gebaut, wusste ich gar nicht mehr. Hier müsste eigentlich noch ein Timmy und noch eine Frau hin. Wer ist eigentlich unsere Frau? Frau. Chantal. Chantal. Chantal und Timmy. Chantal. Weißt du willst, du willst ein Fahrrad? Ein Fahrrad ist ja toll. Fahrzeuge. Forest, Leute. Update 1.2. Fahrräder. Ja, wir können ja schon mal ein Auto bauen, das nicht benutzbar ist. Ich finde es übrigens schade. Ich meine, ich finde das Auto so ganz cool, aber ich finde es schade, dass man sich nicht reinsetzen kann. Ich würde mich gerne da reinsetzen und so brummbrumm machen, weißt du? So im Multiplayer. Warte, sind wir jetzt falsch? Ne. Ach, dann ist gar nicht am Anker das Erste, sondern hier. Okay. Da? Okay. Da oben sind Bäume. Soll ich ein Floß hier ins Wasser platschen? Nein. Wie nein? Weiter da hinten. Wir müssen noch zu dieser Insel da. Da müsste man nicht so weit weg starten. Wirklich da? Ich dachte hier die Insel. Naja gut, okay. Ist egal. Wenn wir ein Floß haben, können wir doch paddeln. Wenn wir ein Floß haben, können wir doch paddeln. Ja. Ich meine aber auf der anderen Seite von den Containern. Okay. Du glaubst dir schon wieder nicht, ne? Ich brauche keinen Kampas dafür. Ja, ich glaube dir. Ich meine hier die Inseln sind das. Wenn einer bei uns ein schlechtes Gedächtnis hat, dann ich. Hier die. Dann mach das hier so hin. Zwischen Container und diese Insel. Gut, dann bau du und ich gehe da hoch und hol Bäume. Achso, hier. Wir hätten ein Fleck machen sollen. Mach doch eins da oben, aber bitte nicht hier unten. Jo. Wie viel braucht man eigentlich für so einen Floß? Darf ich vielleicht erst mal gucken? Ja, natürlich. Du wirst das dann schon da unten in der Ecke sehen. Du musst erst mal Flöße finden. Wo sind die? Hallo? Nein, wir nehmen natürlich die Axt. Ach, was für ein schöner Start ins Jahr 2019. Erst mal gepflegt, ein paar Bäume fallen. Wo ist unser Floß? Können wir überhaupt Flöße bauen oder haben wir es falsch bekommen? Ah, da, okay, ich hab's gefunden. Natürlich. Hätte mich jetzt irritiert, wenn das jetzt nicht mehr geht. Sollen wir direkt ein großes Floß bauen oder ein Hausboot? Oder was willst du? Wie viel braucht man für das kleine Floß? Wie kein kleines Floß? Ich will ein Drying Rack da drauf haben. Ja gut, okay. Dann, äh... Obwohl kann man das große Floß denn auch steuern? Das große Floß kannst du steuern. Dann kommen wir in dem Großes, ja? Bin ich doch schon mit rumgefahren und so. Ich seh nur nicht, dass das irgendwo ein Steuerdingen hat, aber gut. Nee, das ist ein Hausboot. Das kannst du auf jeden Fall... Ah, Moment. Ich mach mal ganz kurz Musik an. Ähm... Kombinieren. Was haben wir denn hier? Das ist Slaps No Conscience aus Stronghold. Ja, hier, komm. Ähm. Steine brauchen wir leider nicht dafür. So, konntest du jetzt den Kompass mal wieder weglegen hier? Was denn? Achso, du bist ja unten noch. Der legt den gar nicht weg. Hallo. Äh, du musst, glaube ich, irgendwie den Kompass irgende... Boah, wie war denn das nochmal? Ich hätte das auch mal. Ich wollte ihn nicht weglegen. Ich habe jetzt was genommen, was zwei Hände bedeutet. Ah, gut, okay. Wir brauchen übrigens auch Sticks, ne? Jo. Wo habe ich denn jetzt hier, bitteschön? Ich darf bloß den Baum nicht fällen, an dem ich den... An dem ich das Musikgerät jetzt aufgehängt habe. Was sind jetzt hier die Idee hast du denn? Äh, ein schönes Lied. Wir sind über ein paar Eingeborene um dich herum. Ja. Hast du jetzt so ein Ding gebaut? Was? Achso, äh, nee, noch nicht. Ich habe noch keinen Slatt gebaut. Hallo, ihr Eingeborenen. Lasst euch von mir nicht beieren. Äh, Lagerung, Unterkünfte, da. Hey, ich habe zwei auf einmal angebrannt. Ah! Sehr gut gemacht. Sehr gut. Mir fehlt ein Stick. Ich werde nicht. Fertig. Wie viele Bäumenstämme benötigen wir denn? Steht er da. Äh, 57. Ach du Schande. So, also heute bauen wir Floß. Ach ja. Ach, ist das denn schön. Ach, erst mal mit Bauen das neue Jahr beginnen. Ja. Ja. Bam, 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 bam. Ja, jetzt kommt von der Seite angerannt, damit ich mich erschrecke und gar nicht mehr weiß, was ich hier mache. Ah, nein, nein, nein. Hast du den? Ja. Komm her. Du bist jetzt gleich hier so ein Feuerchen aufbauen und ich weiß nicht so unten bei der Baustelle oder so. Ich würde das lieber auf unseren, unserer Baustelle bauen, oder? Okay. so heißt jetzt so ein ding gebaut oder man ja ja habe ich hier oben kannst du schon direkt mitnehmen schon voll ich habe mal deine raus getan damit meine rein ich holz hier in der zwischenzeit noch ein bisschen vielleicht sollte ich ja auch noch eine kleine bank das ist ja keine so schlechte idee nein kein feuer kein feuer bank bank heißt das ist das ist doch super erst mal ausruhen ja klar hallo hast du gesehen wie viele bäume ich gefällt habe so und zum aus gesehen was ich gefabriziert habe mit den einwohnern hier hast du sehr gut gemacht aber ich musste dir zur hilfe kommen habe ich was gesagt ja würd sie gern schon fertig 45 wo habe ich mein ich glaube da habe ich mein musik ding müssten da mal fleisch aufhängen aber ich möchte eigentlich in einem wir bauen jetzt erst dieses ding und dann bauen wir da irgendwie an dieser stelle ich habe gerade einen baum abgefressen wenn ja weil ich einen anderen baum gefällt habe habe ich den stumpf von einem baum hallo eingeborener ich ziehe meine kreise und wo rennt er jetzt sind einfach mal so weg kein benehmen dieser eingeborenen wohl naja kurz vorbeikommen hallo sagen und so so bitteschön voll hey du bist so ein maskenmann da hinten noch jemand rum einer ist glaube ich gerade gestorben jo den habe ich den habe ich weg so hat doch einfach mal da oben raten feuer so ein kleines lager feuer ein feuer schön ein einfaches meine bank ich habe doch irgendwo mir fehlt ein stick wieso fehlt mir ein stick immer fehlt was ein feuer schön so haben wir den jetzt lalala ich bin ein transporter ist ein transporter transport ja gut du hast ja jetzt mit dem american truck simulator die ganzen weihnachtsaufträge gemacht ja jetzt die bäume hier transportieren du bist ein du bist ein ausgebildeter logistiker logistikerin logistiker bin ich so ein logistiker ja das ist sowas oder ein logistiker warum auch immer du hast doch gesagt was hier ist gerade ein eingeboren aber mich hier drüber gehüpft such mal eben die anderen damit wir die auch anflemmen können hier der leuchtet der sachen sogar war ist sehr schön das ist doch schön da renten 234 und ich kann nicht mehr rennen falsch falsch nein auch wieder falsch ja macht doch wussten denn der nächste so moment so hallo gibt immer dann meinen fall wieder danke einfach mal sehr gut ja du kannst da ist da steht was da kannst du nicht hin hörst du jetzt auf okay der ist der ist fertig jo 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 lass das mal lass das mal so ich mach mal nicht du bist da unten und kämpft okay jetzt tut wo liegt ihm sein zahn da geknurrt noch wer lasst doch diesen blöden stamm wieder fallen himmel die berge wo sie hin so guten tag ich komme hinterher hast du sehr gut gemacht ja ja gut 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 okay hier sind übrigens ebenso eine eidechse einfach quer durchs feuer gerast fand ich sehr sehr amüsant hier sind uns noch mehr ach warte ich bin ja so doof ne warte so ein bisschen rückwärts halt immer von mir fern bitte wo hier ist einer okay nehmen wir lange ist der tod ja gut okay das ist jetzt schlecht das wasser ist recht weit weg nein 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 ich bin in flambeer toll toll bin ich warum sind wir nicht direkt drauf gekommen das artefakt zu benutzen kannst du mir das mal sagen ich habe das extra mitgenommen dafür ja es ist ja schon mal was wir sind das irgendwie nicht gewohnt nur dass wir sowas haben ja viel spaß 1 2 3 4 5 6 6 7 soll ich nochmal so ein ne dafür müsste ich jetzt sticks sammeln gehen ne boah ich habe keine aus keine rüstung mehr die haben ja alles eingehauen das ist das ist nicht so schön ach ja erst mal wieder holz hämmern aber ich habe ja irgendwie gleich wir hätten uns so ein bisschen was zu futtern mitnehmen sollen also das gefühl baumfeld btw ich habe hier was zum auf feuer legen ach manno warte oh gewitter super das ist immer toll ich habe hier zwei fleisch aus feuer gelegt zwei fleisch ok 33 oh ich freue mich schon seht ihr das wie cool ich hau hier auf den stamm drauf und der andere wird geht kaputt einmal einmal ich bin so ein ninja ich laufe auf dem baum ihr essen ist fertig dankeschön supi einmal schnabulieren nein ich will den schädel nicht aufgeben was war das was denn also das ist das zum essen okay der ist voll ich war schon mal runter ja aber kaninchen wird übrigens kalt hier ist feuer ja ich weiß da gehe ich jetzt auch noch mal hin aber so regnet da wird einem grundsätzlich immer kalt außer man hat so einen tollen wärmeanzug wie den habe ich ja nie an den kann es aber anziehen wenn ihr keine rüstung hast du das wachsend der wärmeranzug wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert der wärmeanzug übrigens auch unter wasser ja damit kannst du also praktisch gesehen die ganze zeit rum schwimmen so komische sachen verstehst du nicht wenn du das sagst ich weiß ja wenn es regnet und ihr kalt ist kannst du den auch anziehen also der sorgt einfach nur dafür dass ihr warm ist ist mir nicht mehr kalt mir ist tierisch kalt gleich fange ich sicherlich an so ohr mit kalt mal wieder zurück du bist ja noch nicht mal angekommen was ist denn da los wo bist du lang gelaufen bei den hügel runter was sind das für ein hausbrot ich dachte du hättest das mit dem mit dem haus drauf gebaut kannst du mal den baum hauen danke nein habe ich nicht ich habe das große gebaut das ganz große das ist schön so ein bisschen schneller wenn ich gleich abhebe und fliege bitte rette mich mal sehen ich habe überhaupt keinen orientierungssinn nein ich habe nur gut ich habe nur freundlich darauf hingewiesen dass wir anscheinend in die falsche richtung laufen finde ich so finde ich aber gar nicht ich bin ja nicht blind ach so jetzt jetzt fällst du bäume ja ich was soll ich sonst machen während du meinen wagen geklaut hast das ist eigentlich mal wieder aufgehört das regnet ja gar nicht mehr ich wäre mich mal ganz kurz nur noch mal hier auch ein bisschen geld verbrennen ja ein bisschen geld ist immer wieder so wir brauchen noch 21 ich glaube das dürfte sogar reichen von den gefällten das boot hatten wir in der tat noch nie gebaut nur wir haben ja auch noch nicht so viel gemacht also ja ich glaube mit den sein können schlacht du mich aus warte auf mich bleiben wir stehen ja das ist nicht nett ich kann mitfahren keine ausdauer mehr ist ja da ist das artefakt sieben baum stimme fehlen noch ist das ist doch die waren dann packen wir die noch voll und lassen ihn einfach hier stehen oder warum nicht man könnte ja hier auch noch irgendwas anderes bauen oder so aber ja da muss aber die baumstämme abgezielt haben das würde ich dann aber an einem anderen tag machen wir haben ja in so forest noch sehr sehr viel vor uns wie ich jetzt festgestellt habe doch die technisch jetzt nicht die könnten hier ein gewissen eine gewisse kirche bauen ja entweder eine kirche oder was viel lustiger wir stellen hier wir stellen uns auf die container irgendwie drauf weil da kommen kann überall ja nicht hin und dann locken gewürzt ich will das viel nämlich nirgendwo in der nähe unserer basis haben die hat uns viel zu lange gedauert auf sie haben was hat das mit dem baum stemmen zu tun die wir noch hier haben also dann könnte man hier so ein bisschen was bauen so fallen und verteidigungsanlagen oder okay also ich habe keine ich habe keine erste für ein freien weg das ist unfassbar du hast nicht sachen gesammelt ich gehe noch mal hoch wir haben da oben ja auch noch das artefakt rumliegende stein aus der wand herausgeholt so ist das richtig so normal steinchen hier noch mal stein wo haben wir sind so artefakt kannst du ja dann mitnehmen ist ja deins ich habe ja keins bekommen gibt es ja nur einmal immer noch traurig darüber alles kriegst du hier in dem spiel zweimal aber das artefakt nur einmal ja was soll ich sagen aber vielleicht ja vielleicht ist das auch ganz geschickt dass es das nur einmal gibt sonst macht er eine rote andere blau und da müssen die eingeborene gar nicht was sie machen sollen dann kommen sie an und kommen sie angelaufen und rennen weg hallo hier oben hin was hier los schon wieder so ich bin voll mit sticks im wald sieht immer alles gleich aus verdammt du bist du ja das ergibt überhaupt kein sinn spiel was das ist hier bauen und so weißt du hast du hast du etwa probleme mit dem bevor es bausystem niemals mag das warum sollte ich das dann da machen du kannst auch eine bank auf das boot setzen oder du machst ein lämpchen das ist sehr gut geht so nicht dass es kann da nicht sein was darf nicht sagen das geht da oben nicht hin ach so es wird wieder tag juhu wir freuen uns da oben geht kein trainwreck hin oder was kein lämpchen da oder jetzt kein trainwreck hin das möchte ich nicht das möchte die dame des bootes nicht was denn du hast eine treppen eine treppen beleuchtung gebaut das ist aber sehr schön und die sieht man ja nicht ich muss mein artefakt nachholen du hast ja nicht mitgebracht und da ist dahin ja ich habe ja keins eingesammelt so moment hier aber beleuchtung wollen wir vielleicht hier auch an die an die kanten noch ein bisschen beleuchtung machen ich meine was nicht zu viel wir haben jetzt auch nicht so viel platz auf dem boot nicht wollten wollte nur vorne an die ecken so ein bisschen das ist ein bisschen mehr licht hat und so die trug der trude was ist weiter ich suche die lampe signal flagge hast du bist du voll mit sticks ich bin voll mit sticks ich habe die eben gerade komplett gesammelt so eine feuerstelle hier bauen ja das ganze gerne machen feuerstelle aufs boot geht nicht das ist aber schade wieso kann ich eigentlich manchmal nicht rennen ich verstehe das nicht weil dann deine ausdauer im ich habe ausdauer ich schwöre ich schwöre was mir aber gerade einfällt ich könnte ja auch das schiff mal so eine bank setzen kann es auch nicht nicht geht nicht hier oben kannst du erst recht nicht jeden mal die zweite etage ist irgendwie verpackt auf das hausboot konnte man irgendwie mehr machen aber naja gut okay so wenigstens funktioniert das trying rack jetzt fahren wir los und bleibt in der luft stehen könnte ich wetten habe ich so ein gefühl also okay kommst du an bord bin da hast du auch mal was tragen gemacht ja das ist jetzt gemacht wieso hast du gemacht weil ich durstig bin